Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Aufklärung von Let's Play League of Legends Ranked. Wir haben Chorgut in Gnar gepickt und Ivan im Jungle gegen Warwick, Arie und Lux auf der Mitte, Vayne gegen Jinx, Vhagar und mit Support Morgana. Das Problem bei der Sache ist, unsere Bot-Land hat beides TP dabei. Ich weiß nicht, ob das so geplant war. Ich habe das Matchup gegen Gnar noch nicht gespielt mit Chogut. Ich weiß nicht, wie es aussieht. Tendenziell wird er wahrscheinlich durch seinen Boomerangwerfen ein bisschen mehr Poke haben. Aber mit meiner Ultimate sollte ich am Ende so viel Schaden machen, dass mir seine Mega-Gnar-Form egal sein sollte. Gnähtein und Gnähtein dann schauen wir uns das Matchup jetzt gleich mal an ich hoffe natürlich dass ich ein bisschen Chance habe dann schauen wir uns das gleich mal an Untertitelung des ZDF, 2020 Geil, die Borderline wird reinfeaten. Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist ja kein Mana, das ist ein großes Problem. Jetzt haust du wieder ab, jetzt wo ich ihn hergebetet habe. Das Zeugnis ist so schlecht. 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 Ich fress jetzt das Menu, damit ich überhaupt nen Stack kriege, um ein bisschen mehr Schaden zu machen. Weitner wird weg sein. Ich denke nicht, dass ich ihn gerade hätte so fressen können. Ich pushe das jetzt halb durch. Da ist genau auch schon... ...nötter Gang. Ja, das habe ich gut befürchtet, dass ich genauer uns wegpoken kann. Ich kann für keine Last mehr so gehen. Ja, das ist gut. war natürlich schlecht das mir aber der hat mich wieder und wieder rein gepusht musste ich das irgendwann machen er geht das auf die geistessicht d mit der dritte Nein, ahhh. Weil man da genau jetzt durch mich einen Red Buff gekriegt hat. Ah, das ist ja gar nicht. Ja, das ist ja gar nicht. 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 Ach, du willst nicht unter dem Tor kämpfen, das ist aber schade. Das ist ja gar nicht. 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Boah, der Gnar spielt das so gut. Ja, wie ist heute nicht mein Tag? Boah, der Gnar spielt das so gut. 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 wir haben so viele 28 zu 7 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 Da haben die Overstater aber extrem. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Das Game is over. Haben sie gut gespielt. Okay, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.